Ah, ich wollte das Eis noch mitnehmen, aber wir finden sowieso genug Essen. Darum egal. Wow, noch ein roter Baum. Sehr gut. Legg jetzt nicht so. Und, plupp. Noch ein pinker Baum mitnehmen. Ja, genau das meinte ich mit der Creeper Blossom Sprengpflanze. Ach komm Memory Shards, weg. So. Oh, da ist noch ein pinker Baum. Abloop. Es wird schon Nacht. Schauen wir mal rein. Na, Eingang. Aha, hier. Genau. Da ist die Falle. So, wie machen wir das am besten? Ah, Mist. Wir brauchen Wasser. So. Irgendwie hier mal ein paar Sachen rein. So. Ähm, das reicht. Ähm. Wir brauchen Eisen. Irgendwo eine Höhle. Ich suche eine Höhle. Hey, ich habe 135 FPS und das lag. Das ist nur wegen Java. Ich gebe immer Java die Scheiße. Ist das eigentlich auch? Wie viele sind diese Pflanzen? Weg damit. Also weiß mit grün. Aufpassen. Eine Ruine. Ah, ich sehe ein zweites Biom. Was ist das hier? Ein Minotaurian Dungeon. Ja. Den machen wir sobald wir die Monster anmachen können. Anmachen wollen. So. Ähm. Ich muss immer wieder markieren. Am besten. Ähm. Minotaurian Labyrinth. Schon richtig geschrieben. Eins. Sonst finde ich die Sachen nicht mehr. So. So. Mal ein paar Fackeln. Gut. Mein Pilz. Fliegenpilz. Ah, die kann man abbauen. Die Kopf. So. Hier noch den Eisenbusch. Aluminiumbusch. Abbau. Moment kurz. So. Sorry für den Unterbruch. Aber ja. Immer wenn sie nach Hause kommen, müssen sie Lärm machen. Obwohl sie genau wissen, dass man hier unten nicht Lärm macht. Aber nein. Egal. Meine Familie ist einfach am lautesten. So. Oh nein. Nehmen wir das Eisen mit. Ja. Genau. Die Flettermaß. Dreck. Nehmen wir durch. Ja. Genau. Die Flettermaß. Und finito hier. Nehmen wir noch die Kohle mit. Okay. Dann machen wir ein Feld und gehen noch ein bisschen erkunden. Ah ja. Das wird die Lärm weg machen. Genau. Dann schauen wir mal. Dass wir so umbanken haben. Und dann. Das ist noch ein Brauner Pils. Und die jemanden. Ähm. Dann brauchen wir einen Ofen. Da gießen wir das Eisen. Ähm, ist das ein Bursch? Essenceberry, habe ich ja noch nie gesehen. Okay, nun findet ihr immer etwas Neues in diesem Mod. So, noch ein bisschen Eisen. Fertig. Das Lava suchen wir jetzt nicht. Das ist nicht so richtig. Auch wenn es eine Höhle sein könnte. Ähm, einen Eimer. Und eine Spitze, okay. Gut. Und wir haben das, den Diamanten noch sicher. So viel, oh cool. Schön. Also gehen wir wieder raus und erkunden die Höhle dann später. Wir haben kein Schwert. Das ist was? Copper or Berry Bush. Okay, wir sind gleich hier oben. Ich muss das Gold mitnehmen. Noch mehr Gold. Mit Lapis Lazuli. Schön. Headsets. Oh, vielleicht ein Mikrofon. Bei den Headsets ist Sparen unmöglich. Wenn ich mal in den Pearl gehe, um ein günstiges Headset zu kaufen. Völliger Schrott. Also sowas von Schrott. Ich kaufe doch kein Headset für 30 Euro. Wo erstens zu laut ist. Zweitens Probleme mit dem Sounder. Drittens extrem wackelig ist und so. Alles mögliche. Ne, das mache ich doch nicht. Ähm, da ist die Kiste. Wir brauchen schon eine neue Kiste. Ja, die Kisten und der Gräblerband. Das ist nämlich der Sinn. Der Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie die funktioniert, aber ich verstehe es nicht. Wir werden es dann mal abbauen, wenn wir Wasser haben. Jetzt machen wir zuerst mal drei Kisten. So, hier machen wir alles grüne rein. Alles raus. Ah, das Buch können wir drin lassen. So. Hier oben alle Herzen. Gut. Ähm, das noch rein. Sonst nix. So, der Ofen. Crafting table lassen wir hier. Ofen rein. Und schauen wir nach Wasser. Da unten. Haha. Sieht gut aus der Busch. Vor allem in der Pyramide. Oh, Zucker. Da unten. Rund. So. Und. Unbauen. So. Äh, der Arme. Wir hätten zwei Arme machen können. Aber ist jetzt egal. Ja. Wir können ja rennen. Machen wir uns eine unendliche Quelle. Genau. Hier. Und nochmals. Rasen. Ich frag mich, was das für ein Gebiet ist. So gräulich. So gräulich. So Bergen sind es nicht. Also Hügel. Könnte Steppe sein. Oder man sah nicht was noch so gräulich. Also so fast verdauert ist. Was ist denn das? Aha. Lame. Ich muss mich noch ein bisschen ans Taxiopack gewöhnen. Das sah für mich irgendwie weiß aus. So. Die Blumen mit. Haben wir das. So. So. Alles ist weg. Also werden wir jetzt hier das Zeugs abbauen. Okay. Ich nehme die Treppe. Okay. Komisch.